Moin Moin, herzlich willkommen. Aufgrund der immer höher werdenden Strompreise wollte ich meinen großen PC durch einen sparsamen kleinen PC austauschen. Bei meiner Recherche bin ich auf den ACE Magic Gen gestoßen, genauer gesagt den AMR 5. Das auffällige Design und die guten Bewertungen haben sofort meine Neugierde geweckt. Denn die kleine Kiste sieht nicht so langweilig aus wie viele andere Mini-PCs. Daher habe ich das Teil nach kurzer Begutachtung auf Amazon bestellt. Die Lieferung ging wie immer flott. Natürlich habe ich das Gerät sofort ausgepackt. Das Ding ist sogar kleiner als ich es mir vorgestellt habe. Da war ich erstmal begeistert. Allerdings wirkt der PC stellenweise etwas billig, denn das gesamte Gehäuse besteht aus Plastik. Gerade die Front und Rückseite wirkt erstmal nicht so hochwertig. Vom Design her gefällt mir das Ding aber wirklich gut. Auf der unteren Seite sind vier Gummifüßen für einen rutschfesten Stand angebracht. Zum Lieferumfang gehört neben dem PC auch noch ein Netzteil mit dem dazugehörigen Kabel, ein HDMI-Kabel, ca. 70 cm lang. Eine Mini-Gebrauchsanweisung ist ebenfalls noch mit dabei. Das Ganze ist in einer relativ hochwertigen Verpackung mit Magnetverschluss verpackt. Also den PC schneller angeschlossen und den Startknopf gedrückt. Die Einrichtung verlief problemlos. Als Betriebssystem ist hier sogar Windows 11 Pro aufgespielt. Das kleine Kerlchen hat sogar eine LED-Beleuchtung verbaut. Nichts Aufregendes, aber trotzdem außergewöhnlich für einen Minicomputer. Wem die LED-Beleuchtung aber stören sollte, der kann diese auch deaktivieren. Dazu muss man allerdings auf der Herstellerseite ein kleines Programm für die LED-Steuerung herunterladen. Man kann nicht wirklich viel einstellen, aber zumindest kann man überhaupt etwas einstellen, inklusive dem Ausschalten der Effekte. Warum man das Programm nicht direkt vorinstalliert hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Die verbaute SATA-SSD ist nicht die schnellste, ist jedoch für Surfen im Netz sowie Office-Arbeiten wohl ausreichend. Ich habe die SSD allerdings direkt ausgetauscht. Ebenso habe ich den RAM-Speicher von 16 GB auf 32 GB aufgerüstet. Serienmäßig sind 2x8 GB-Riegel verbaut. Das System unterstützt maximal 64 GB RAM. Laut Hersteller unterstützt das System bis 2 TB SSD-Speicher. Ich habe aber sogar 3 TB verbaut und es läuft alles ohne Probleme. Daher gehe ich davon aus, dass 4 TB auch noch möglich sind. Was aber vielleicht nicht ganz unwichtig ist, das System unterstützt nur PCI Express 3.0. Eine PCI Express 4.0 SSDs funktionieren zwar, aber können natürlich nicht die volle Leistung abrufen. Da ich aber noch eine Samsung 990 Pro hatte, die ursprünglich für die PS5 vorgesehen war, habe ich sie mal zu Testzwingen eingesetzt und wie erwartet läuft sie nur mit halbem Tempo. Ich habe das System mit folgenden Komponenten aufgerüstet. Eine 2 TB NVMe SSD von Crucial, genauer gesagt die P3. Dazu habe ich einen Hitsing gekauft. Da war es der Hitsing von Icebox. Und außerdem habe ich auch 2x16 GB von Crucial dazu gekauft. Genauer gesagt mit 3200 MHz Taktung. Natürlich ist auch alles auf Amazon zu einem guten Kurs zu finden. Die Umrüstung geht wirklich super leicht von der Hand. Die rechte Seitenwand des PCs ist nicht geschraubt, sondern mit Magneten versehen. So kann man sie einfach ohne Schraubenzieher abnehmen und kommt gleich an die SSD und die RAM-Riegel heran. Erfreulich anzuschauen ist, es sind 2 NVMe Slots verbaut. Die neue SSD einfach in den zweiten Slot einsetzen und dann den Inhalt der alten SSD auf die neue klonen. Ich habe dafür die Gratis-Software Acronis True Image von Crucial benutzt. Wenn das getan ist, den PC herunterfahren, die alte SSD entfernen und die neue SSD in den ersten Slot einsetzen. Und fertig. Man muss dann noch anschließend die zweite entstandene Partition auf der neuen SSD in der Datenträgerverwaltung neu zuordnen. Sonst wird nur die geklonte 512 GB Partition angezeigt bzw. ist nur diese 512 GB nutzbar. Anschließend noch fix die RAM-Riegel ausgetauscht. Das geht noch einfacher als die SSD auszutauschen. Der reine Außeneinbau ist unter 5 Minuten erledigt. Selbst für ein Laie sollte das Tauschen kein Problem darstellen. Auf der Vorderseite gibt es neben den beleuchteten On-Off-Schalter, mit dem man auch die drei Muti einstellen kann, auch noch zwei USB-A 3.0 Anschlüsse und einen USB-C Port. Außerdem ist da auch noch eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Die Rückseite bietet dann noch einmal zwei weitere USB-A 3.0 Anschlüsse, einen Display-Port, einen HDMI 2.0 Port und einen Gigabit-LAN-Anschluss. USB-C, Display-Port und HDMI-Port unterstützen allesamt 4K bei 60 Hz. Es können also drei Monitore angeschlossen werden, wenn man denn möchte. Als Prozessor wurde ein Ryzen 5 5600U verbaut. Der leistet wirklich solide Arbeit. Selbst dieses Video habe ich ohne Probleme mit dem kleinen Kerlchen geschnitten und gerendert. Insgesamt gibt es fünf USB-Anschlüsse. Auch hier muss ich noch ein wenig aufrüsten. Daher habe ich mir direkt bei Amazon noch einen 4-Port USB-Hub mit eigener Stromversorgung von Subrent gekauft. Damit bin ich erstmal wirklich gut aufgestellt. In der Regel habe ich zum Surfen im Internet den Muti-Schalter auf Silent stehen. Das reicht völlig aus und die Kiste ist dabei wirklich flüsterleise. Unter Windows habe ich übrigens den Energiesparmodus dauerhaft aktiviert. Brauche ich mal mehr Power, dann kann ich das praktischerweise am Muti-Schalter einstellen. Wie eben erwähnt, habe ich auch dieses Video mit dem PC bearbeitet und gerendert. Das Video hat viele Schnitte und viele Übergangseffekte, wie ihr selbst sehen könnt. Hier habe ich den Wahlschalter auf Auto gestellt. Beim Schneiden des Videos hört man dann den Lüfter doch und beim Rendern wird er dann nochmal etwas lauter, aber nie übermäßig laut. Das System bleibt dabei aber immer stabil. Die Performance ist mit dem Umbau noch einmal etwas besser geworden. WLAN läuft wirklich stabil mit guter Leistung. Bluetooth 4.2 ist zwar nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber auch in diesem Fall habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Minicomputer, alles läuft flüssig und zügig. Der Kleine hat nun meinen großen PC vollständig abgelöst und ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, die PCs meiner Kids ebenfalls durch Mini-PCs zu ersetzen. Wer aber AAA-Spiele zocken möchte und diese auch noch auf höchster Qualität, dem sei gesagt, dass dieser Mini-PC nicht dafür geeignet ist. Wer ab und an aber mal ein Spielchen spielen will und auch ein paar Abstriche in puncto Optik und FPS in Kauf nimmt, der kann durchaus das ein oder andere Game hier zocken. Ich kann hier also mit ruhigem Gewissen durchaus 5 Sterne vergeben. Das System ist schnell und zuverlässig. Es bietet ausreichende Aufrüstmöglichkeiten und hat auch noch ausreichende Anschlüsse, die man bei Bedarf mit einem Hub aufrüsten kann. So, das soll es nun gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bye-bye.